ich grüße euch freunde willkommen zurück auf crystal island und ein neues artefakt erwartet uns natürlich nämlich hier hinten ihr seht ich bin im emberwald und an dem feld gibt es so einen langen gezogenen wasserfall also mehrere wasserfälle hintereinander mit dem fluss der nach weiter unten geht hier müsst ihr bloß aufpassen hier fliegen ein bisschen argitaubes herum können natürlich auch rexes daneben stehen so wir landen hier natürlich wird es jetzt ein bisschen laut gegen den wasserfall hier runter müssen wir so ich glaube so seht das besser hier hinten sind wir wasserfälle die taurausrüstung braucht ihr nicht unbedingt und hier unten ist es koordinaten 54,652 nämlich das artefakt des gewaltigen der wasserfall märkt den schön alle leute das war's wie ihr immer dran denken nicht gerade die sammertools anzuschließen sonst kommen sie alle auf euch drauf also bis zum nächsten mal